Das Kartenhaus von Signa aus Schulden und Spekulationen bricht zusammen. Signa hat alle Bauprojekte in Berlin gestoppt, auch das Projekt, wo wir hier gerade stehen, der Karstadt am Neopoldplatz. Hier sollten Büros reingebaut werden, Luxuswohnungen reingebaut werden und es sollte keinen Raum geben für soziale und kulturelle Zwecke. Wir stellen uns dagegen, wir sagen, Berlin muss jetzt handeln, Berlin sollte diese Immobilien in seinen Besitz bringen, Vorkaufsrechte nutzen, Berlin muss auch die Bebauungspläne stoppen, die hier gemacht worden sind. Mit weiten Zugeständnissen an Signa, der Bezirk, die Bezirke und der Senat müssen jetzt handeln und müssen das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen.